moin freunde was geht ab und willkommen zur 13 episode der mtg und ja heute wird es ein kleines roundup der lsp geben und später gibt es dann noch paar geheimtipps nur für euch bevor das ganze losgeht lasst auf jeden fall ein like auf dem video da würde mich sehr sehr freuen folgt mir auf insta twitter und check den fernschuss auf spotify ab da kommt morgen quatsch heute sogar heute um 16 uhr kommt eine kleine bonus episode online also es lohnt sich auf jeden fall einzuschalten freunde check den fernschuss ab würde mich sehr sehr freuen ich kann ruhig spoilern damit ihr auch ein bisschen hier angeteasert wird da werden alle oder aus jeder youtube liga ich habe quasi hier community liegen aus jeder dieser community liegen wird es ja ein teilnehmer in anführungszeichen geben der so ein bisschen die liga repräsentiert ein bisschen über seine transfers redet und so weiter also es lohnt sich es sind viele verschiedene coole tipps dabei von vielen verschiedenen manager stilen was für euch auch sehr interessant ist dass ihr auch mal ein paar andere einblicke bekommt als nur die meinen genau das ist der sinn des podcast kommt wie gesagt heute um 16 uhr auf allen podcast medien wo er verfügbar ist online ja meine lsp ihr seht erst mal ein team so werde ich voraussichtlich in den nächsten spieltag reingehen sollte sich nichts mehr ändern im tormarkt flecken da ändert sich sowieso nichts dran mei orban ich habe noch jackel im verein der wird aber jetzt auch abgegeben weil er gerade am fallen ist oder fängt jetzt an zu fallen ryerson ist immer noch stabil am steigen insgesamt habe ich eine lsp jetzt bin ich bei mannschaft wäre von so knapp 212 millionen und er habe angefangen mit einem mannschaftswert von 191 millionen trotz dem ernandes fünf millionen overpay und im indica overpay wo wir gleich noch mal darauf eingehen knappe zwei millionen habe ich also mein team wert um insgesamt 21 millionen gesteigert da bin ich auf jeden fall sehr zufrieden mit das ist das allererste mal dass ich mein team wird wirklich innerhalb einer woche nach oben katapultieren konnte von daher auf jeden fall eine coole sache ernandes in dicker sind meine einzigen beiden neutransfers lucas ernandes gekauft für 25,8 mittlerweile nur drei millionen overpay damals waren es noch knapp fünf und ein dicker habe ich jetzt vor zwei tagen gekauft für zweieinhalb millionen overpay mir geht es einfach darum ich bin eigentlich gar nicht so ein riesen dicker fan weil ich immer das gefühl habe dass er ein bisschen zu teuer ist aber jetzt geht es gegen hertha und bochum und das sind zwei spiele wo ich den auf jeden fall liebend gerne aufstellen würde von daher habe ich immer mitgenommen wie gesagt zwei millionen overpay geht dann an der stelle auf jeden fall auch voll in ordnung mein mittelfeld aus hak jakic adams und höfler da ändert sich ja gefühlt auch nie was dran jakic adams höfler bin ich sehr happy mit hak wird noch nach dem augsburg spiel verkauft gegen augsburg nehme ich auf jeden fall noch mit und dann kann man gucken ob er ihn dann noch mal aufstellen wird aber ich glaube dann hat die arminia relativ harte gegner nach dem augsburg spiel dann geht es gegen dortmund und gegen wolfsburg da bin ich quatsch gegen dortmund und ich kann es lesen dann gegen meins ja gut aber gegen dortmund will ich nicht aufstellen von daher werde ich ihn wohl nach dem augsburg spiel abgeben ja renier und felix im match habe ich dann noch mal fürs trading mit geholt im matcher heute nacht gekauft für 200k über marktwert und renier gestern gekauft für fast marktwert und ja die nehme ich noch mal zum steigen mit im sturm mal lewandowski wie immer noch dieselben dann habe ich immer noch christoph piontek mit dem ich jetzt auch die drei millionen profit geknackt habe sehr sehr cool auf jeden fall das tor gegen freiburg hat mir auf jeden fall sehr geholfen bei dem kollegen hier noch ein bisschen geld mitzunehmen auf jeden fall wunderbar und ja so stelle ich meinen kader zusammen aktuell 17 leute gibt noch einige die ich jetzt über die tage hier vorsberg möchte ich eigentlich auch nur für marktwert investment mitnehmen da habe ich jetzt auch keinen plan den aufzustellen ja habe ich noch ein paar spieler hier drauf die ich noch abgeben werde auf jeden fall piontek und tommy weil die kurz vorm fallen sind und natürlich auch jackel und dann wie gesagt matcher welche noch halten ryerson welche noch halten die sind alle noch gut am steigen die werde ich erst mal noch mitziehen ja ansonsten bin ich eigentlich ziemlich zufrieden mit meinem team wie gesagt hack möchte ich noch gegen augsburg aufstehen danach werde ich ihn sowieso abgeben bei tyler adams könnte es problem geben wenn ich es richtig verstanden habe ist er zwei tage vorher noch mit der nationalmannschaft im einsatz und könnte deswegen verspätet nach leipzig anreisen das wäre natürlich schlecht dann würde er samstags höchstwahrscheinlich nicht spielen das wäre natürlich ärgerlich aber mal gucken perspektivisch gesehen möchte ich den trotzdem halten ich weiß dass viele von euch da bin ich auch sehr dankbar wenn ihr mir vorschläge von meinem team gibt ich bin ja auch nicht der allwissende ich nehme immer gerne input von euch auf viele haben gesagt jo tyler adams der muss weg der ist zu unkonstant und punktet noch dazu einfach zu schlecht ich muss einfach den gamble gehen und hoffe dass ich da ein rb stammspieler habe und werde ihn jetzt noch ein bisschen mitziehen und wie gesagt ihr habt schon recht wenn ich da eine gute alternative im zehn verteidiger ist weil fünfer kette ihr wisst bescheid werde ich nicht tun dann bin ich da auf jeden fall eigentlich ganz happy mit dem guten man ja das ist der ist mein team mein plan sozusagen für die lsp und ja ich würde sagen wir kommen zum zweiten teil des videos den geheimtipps dafür switchen wir noch mal rüber in die championship gehen um auf den aufstellungsbereich und ja ihr seht schon die fünfer kette die geheimtipps spielen sich in der fünfer kette denn im sturm ist es super super schwierig geheimtipps zu finden da bin ich ja immer der meinung dass man im sturm wenn man da was haben sollte dann wirklich was anständiges haben sollte von daher will ich euch jetzt keinen zwei drei millionen stürmer nennen so dass weiß ich bin ich nicht so happy mit dementsprechend in der abwehr finde ich kann man viele gute lücken mit günstigen spielern füllen von daher spielen wir heute fünfer kette es geht auch direkt los was sollen wir lange um den heißen brei rum reden wir haben im tor der guten funk da gibt es jetzt keinen wirklichen geheimtipp also sollte jeder mitbekommen haben dass er den guten burchart abgelöst hat mit dem marktwert von hier in der championship wird es ja nicht so richtig aktualisiert ich glaube er ist mittlerweile bei knapp drei millionen ist er auf jeden fall der günstigste toyota in der app und dementsprechend muss er natürlich das main target für jeden von euch sein gerade wenn ihr einen toyota habt mit denen ihr eh nicht so zufrieden seid schwolo burchart keine ahnung ihr habt einen teuren toyota wie ein gulaschi neuer kobe so was in dem stil dann ist das die perfekte möglichkeit euch da einen richtig richtig günstigen toyota zu holen den ihr euch perfekt ins team packen können von daher funkt mein erster geheimtipp wenn man es geheimtipp nennen kann wir kommen zur fünfer kette ganz links außen spielt der gute luka netz sollte nach der benze verletzung auch jeder auf dem schirm haben dass er eine wingback gespielt hat aber was viele halt denken dass benze bei ihnen jetzt zurückkommt okay dann spielt netz nicht mehr aber ich wäre mir da gar nicht so sicher ich persönlich denke nämlich dass skelly und netz in der fünfer kette und ich denke gladbach wird erstmal bei der fünfer kette bleiben auf den wingbacks gesetzt sind ich sehe da erstmal keinen grund zum nachbessern wir sollte ein rahmen wenn sie bei ihnen zurückkommen was ja auch nicht zu 100 prozent sicher ist dann sehe ich den persönlich eher als linker innenverteidiger der dreierkette was er eigentlich auch gelernt hat also er ist ja gelernter dreierketten linker innenverteidiger sozusagen das heißt luka netz wird auch spielen wenn benze zurück ist es sei denn es findet eine systemänderung statt aber das kann ich mir beim besten willen aktuell nicht vorstellen ja mit zweimal fünfer kette gespielt haben zweimal gewonnen gegen wolfsburg und dortmund warum sollte man jetzt zurück auf eine viererkette gehen sehe ich persönlich nicht und von daher man alle luka netz besitzer oder diejenigen dies noch werden wollen ich persönlich kann den typen immer noch zu 100 prozent empfehlen und bin der meinung dass er weiterhin spielen wird er wäre für mich auf jeden fall gerade für die sieben millionen absolute top personal hier auf jeden fall weiter geht's mit den guten ist jetzt auch nicht so mega geheim nico schulz keine sorge freunde die geheimtipps die richtigen geheimtipps kommen noch ja nico schulz wird wahrscheinlich rafa vertreten und ist von daher für den marktwert einfach ein absoluter monster stil warum habe ich denn hier dann mit reingenommen wenn jeder weiß dass er rafa vertreten wird erstens ist so ein bisschen natürlich noch debatte ob er wirklich spielen wird es kann natürlich auch sein dass eine dreierkette gespielt wird und dann torgen hasard diesen linken wingback spielt es kann aber auch sein dass einfach generell eine dreierkette gespielt wird es kann sein dass emre chan die position übernimmt für mich persönlich ist das alles komplett absurd meiner meinung nach wird er definitiv nico schulz spielen er hat auch ganz gutes lob bekommen es wurde auch so angedeutet dass er mehr integriert werden soll und was wäre das denn bitte für ein statement wenn der einzige links verteidiger neben die neben nico schulz ausfällt und man nicht nico schulz spielen lässt von daher ich persönlich sehen safe gesetzt und gesagt für den marktwert als dortmund verteidiger alles alles drauf puttern rafa wird mindestens mal drei vier spieltage ausfallen also ich würde mich nicht schlecht fühlen wenn ich 89 millionen für nico schulz bezahlen würde ohne probleme von daher nimmt den auf jeden fall mit ich denke der wird sich auf jeden fall extrem lohnen neben nico schulz haben wir dann noch die guten gamboa von bochum mittlerweile auch ein bisschen mehr wert als es hier in der championship angezeigt wird ja ganz einfach kommt von seiner verletzung zurück ist nominell der beste rechts verteidiger wenn man so nennen kann ist glaube ich auch gelernter links verteidiger da bin ich mir nicht so sicher nagelt mich da nicht fest auf jeden fall spielt er rechts verteidiger beim vfl die position die einst dann noch staffelidis und bockhorn übernommen haben sowohl staffelidis als auch bockhorn sind jetzt glaube ich sogar verletzt also es führt eigentlich kein weg an gamboa vorbei von daher denke ich persönlich gerade für den marktwert ist auf jeden fall eine absolut monströse empfehlung würde ich auf jeden fall mitnehmen und wie gesagt es ist zwar bochum aber gerade für den marktwert günstiger kommt ihr eigentlich kaum an verteidiger an von daher da auf jeden fall auch zuschlagen vierter innenverteidiger so viele verteidiger freunde da blutet mir das herz ist der gute almami touré ist für mich in anführungszeichen ich meine viele von euch sagen ja den kenne ich ja schon ja aber der ist so mega günstig und war das zum beispiel vergleich mit einem hinteregger und mit dem dick im dicker da macht ihr einen mega stil wenn ihr euch jetzt schafft den ins team zu holen ich glaube er kostet 5,6 oder 5,7 millionen stand jetzt ist einfach der gesetzte dreier ketten in verteidiger neben den zwei eben genannten und wie gesagt vor allem für den preis ist es auf jeden fall eine empfehlung ich würde ihn zu 100 prozent mitnehmen eintracht hat auch mega mega leichte gegner in den nächsten spielen gerade in den wirklich nächsten zwei mit hertha und bochum würde ich den kollegen auf jeden fall eintüten wenn ihr jetzt noch bekommen könnt ich bin wie gesagt von person was heißt wie gesagt ich bin von so personalien wie einem timothy chandler von dem erik dom und so weiter weggeblieben weil mir das einfach alles zu unsicher ist in almami touré sehe ich aber egal ob in einer dreier oder viererkette safe gesetzt von daher den mit auf jeden fall mitnehmen es kann auch sein dass er wingback spielt und tut da den anderen in verteidiger posten spielt das wäre sogar noch besser weil er dann seine offensiven impulse noch mal mehr zeigen kann ist aber auf jeden fall eine ganz ganz klare kaufempfehlung der letzte ist der gute paulo otavio werden auch viele mitbekommen haben allein dadurch dass er so arg am steigen ist ja aber was ich sagen will es kann halt sein dass seine nächsten ein zwei spielteile noch nicht spielen wird man weiß noch nicht wie er zu seiner 100 prozentigen belastung zurückkommt aber sobald der kollege fit ist sehe ich den zu 100 prozent gesetzt jetzt werden viele sagen ja klar aber so klar ist das gar nicht also ich meine du hast den russillon der immer noch bei 100 prozent ist das kann janik gerhardt spielen also auf der position gibt es schon konkurrenz und das wird man auch merken wenn er zurückkommt weil er noch ein bisschen rotiert werden wird aber eben perspektivisch sehe ich persönlichen otavio unangefochten gesetzt russillon hat den katastrophalen saison starten janik gerhardt genießt irgendwie nicht das vertrauen was er feuer unter glasner genossen hat bei mark van bommel von daher otavio für mich felsen festgesetzt und auf jeden fall eine ganz ganz klare kaufempfehlung kommen wir noch zum mittelfeld auf der linken mittelfeld position haben wir den guten ecklenkamp ja es ist hertha ja es ist so ein bisschen schwierig aber ich finde der kollege hat extrem qualität und für den preis gerade in den nächsten wochen könnte der sich extrem lohnen hertha hat jetzt auch nicht das leichteste programm aber auch nicht das schwierigste mit frankfurt glattbach und hoffenheim gut das ist schon das ist schon heftiges programm aber ich sag mal es sind keine ist kein leverkusen leipzig bayern dort und sowas im stil dabei von daher ist auf jeden fall immer was drin und ecklenkamp für mich qualitativ vielleicht sogar schon der höchstwertige spieler bei bei der bei der hertha im kader von daher gerade für den preis für die nächsten wochen wäre das wenn ihr vielleicht keine anderen alternativen hatten ganz guten gamble wert zentrale mittelfeld position ist der gute lubicic ja ich habe ein kölner reingeparkt wahnsinn mittlerweile auch ein bisschen günstiger als diese 8,4 millionen erst auch ganz gut gefallen ja was war mit dem kerl es ist halt schwierig ich habe zwar den kaufspecials gesagt dass ich von der position weg bleiben würde weil ich damit du da thielmann und lubicic hat einfach so ein dauer duel sehr aber meine theorie ist dortmund köln spielt jetzt gegen relativ starke gegner es geht jetzt noch mal gegen hoffenheim was auch nominellen starker gegner ist und danach kommen noch zwei andere brecher die ich gerade nicht auswendig weiß glaube bayer leverkusen und noch ein topverein und ja gerade gegen topvereine brauchst du natürlich pressing resistente spieler und lubicic ist meiner meinung nach die personifizierung davon der typ ist ein absolutes pressing monster und gerade in den spielen gegen die big boys brauchst du eben spieler wie lubicic ein tiermann kann das auch ganz gut und du da ist der katastrophal drin deswegen denke ich persönlich dass gerade in den nächsten drei spiel den lubicic gesetzt ist und das ist ja vielleicht auch nicht so safe und dementsprechend vielleicht so als kleiner geheimtipp von mir ich persönlich gehe damit lubicic ich denke einfach wie gesagt das impressing verhalten sehr sehr wichtig gegen die top teams sein wird von daher wird er spielen und von daher ist er für mich ein geheimtipp kommen wir zum letzten mittelfeld spieler es ist der gute chris führig es war so ein bisschen hype level so hype level so und jetzt ist so ein bisschen kann man mal mitnehmen aber ich persönlich bleibt da dabei für mich ist es immer noch ein absolutes top target aktuellen kickbase die stuttgart wird auch leichtere gegner bekommen demnächst es ist aktuell noch ein bisschen schwierig aber demnächst kommen auch leichtere gegner und chris führig freunde wenn der mal ein bisschen wiese vor sich hat dann macht er richtig richtig verrückte sachen ich habe persönlich das gefühl dass er wirklich super super kickbase punkte machen wird ähnlich wie im ersten spiel als er in dieser einwechslung da so viele punkte gemacht hat gegen gegen was noch mal gegen bochum beim 0 zu 0 81 punkte und jetzt am letzten spieltag 80 punkte beim 3 zu 1 das ist so okay in 80er average ja aber jetzt geht es vielleicht noch einmal gegen glattband danach kommen auch wie gesagt leichtere gegner und der typ hat mega qualität ich persönlich denke einfach qualität setzt sich in kickbase auch durch man wird merken dass er mit der qualitativ hochwertigste offensivspieler bei den stuttgartern ist und vielleicht ist auch für das eine oder andere törchen gut von daher für mich persönlich eine ganz ganz klare empfehlung für die nächsten wochen kommen wir zu den stürmern wie gesagt im sturm ist es schwierig einen wirklichen geheimtipp zu finden dementsprechend bin ich da lieber auf qualität gegangen wir haben einmal embolo und wir haben den guten adli wir fangen mit embolo an das ist jetzt wirklich eigentlich kein wirklich nomineller geheimtipp den sollte jeder auf dem schirm haben ich persönlich wollte noch mal mit diesem geheimtipp dann quasi sagen dass ich persönlich ihn safe gesetzt sehe auch für nun alles an player dafür auf der bank lässt was vor der saison auch irgendwie total absurd geklungen hätte embolo war mit einer der besten spieler bei gladbach im letzten spiel bzw in den letzten tagen von daher ist es ich persönlich sehe den safe gesetzt ich würde persönlich auch auf jeden fall gucken dass ihr den eurer liga bekommt das ist ein absoluter top spieler und ja viel mehr gibt es eigentlich nichts zu sagen das erklärt sich von alleine gladbach hat ein super leichtes programm schlag da auf jeden fall zu die letzte personalie für heute ist der gute armin adli jetzt muss ich gucken ich weiß gar seinen warner nicht mehr doch armin adli okay immer noch knapp 7,5 millionen wert wenn ich es richtig im kopf habe das ist viel zu günstig das ist viel zu günstig jetzt kann man sagen ja aber paulino belarabi ich habe jetzt schon ganz oft gesagt ob es ein podcast war oder irgendwelchen videos ob es im live stream war wo auch immer für mich persönlich hat armin adli gegen bielefeld gezeigt dass er der routinierteste und man muss überlegen der kerl ist 19 oder so dass er der routinierteste beste und qualitativ hochwertigste flügelspieler neben musa diaby im bayern 04 leverkusen kader ist paulino hat das nun ansetzen gezeigt belarabi ist für mich einfach nicht mehr auf dem level und von daher ich persönlich den adli gesetzt und bayern leverkusen elfmeterspieler flügelspieler in der aktuellen form ist einfach gold wert gerade für den preis haut da alles drauf was ihr habt auf jeden fall für die nächsten wochen mitnehmen das war es mit meinen geheimtipps ich hoffe das ganze hat euch spaß gemacht wir sehen uns dann am spätestens jahr donnerstag bundesliga preview morgen am mittwoch kommt mit sicherheit auch noch ein video online ich wünsche euch auf jeden fall viel spaß damit geht haut rein freunde bis dann und ciao ciao i have a dream that's all i need i'll make it happen with some work and belief know what i want so i'll take it on i've made mistakes but mistakes make you strong let's break it down for a minute i want the crown i'm gonna get it you hear me you hear me you hear me you hear me